Beim Titel dieses Videos denkt ihr bestimmt als erstes an diese Bilder und fragt euch, was hat das mit Psychologie zu tun und was steckt hinter diesen Theorien? Genau darauf wollen wir eingehen und euch zeigen, wie oft euch diese in den Theorien beschriebenen Aspekte sogar im Alltag begegnen. Viele von euch werden die Situation kennen. Ihr habt euch für ein Studium in einer neuen Stadt entschieden und habt endlich eine passende Wohnung gefunden. Da ihr eure eigenen Möbel gerne weiterhin zu Hause haben möchtet, beschließt ihr neue Möbel für euer bevorstehendes Studium zu kaufen. Wie so oft braucht ihr für eure Kaufentscheidung eine beratende Person und so fragt ihr einen guten Freund. Dieser willigt ein und ihr geht gemeinsam Möbel kaufen. Vor Ort wird euch gesagt, dass die gewünschten Möbel bereits morgen abholbereit zur Verfügung stehen. Daraufhin fragt ihr euren Freund, ob dieser auch morgen mit euch die Möbel abholen könnte und euch hilft, diese in der neuen Wohnung aufzubauen. Er willigt ein. Euer Freund hat euch also zunächst mit der Auswahl der Möbel eine kleine Bitte erfüllt und ist euch auch bei der zweiten, noch größeren Bitte mit dem Abholen und Aufbauen der Möbel entgegengekommen. Genau dies besagt die Foot-in-the-door-Theorie. Man stellt quasi mit einer kleinen Bitte schon einmal den Fuß in die Tür, um dann später mit einer größeren Bitte ein persönliches Ziel zu erreichen. Diese These wurde durch die beiden Psychologen Friedman und Fraser im Jahr 1966 aufgestellt und durch folgendes Experiment bestätigt. Jonathan Friedman und Scott Fraser nahmen für ihr Experiment 156 zufällig ausgewählte Frauen als Probandinnen her und teilten diese in vier Gruppen auf. Gruppe 1 bis 3 wurde zweifach per Telefon kontaktiert, um für ein Ratgeberprojekt eine Umfrage über Haushaltsprodukte zu beantworten. Die drei Gruppen unterschieden sich lediglich durch Variationen, um die spätere zweite Bitte weniger groß wirken zu lassen. Drei Tage später bekamen die Personen dieser drei Gruppen erneut einen Anruf. Die Psychologen baten um Einlass in ihre Küche. Das Ergebnis? 52,8% der erneut kontaktierten Frauen ließen sie in ihre Küche. Die vierte Gruppe wurde dagegen nur einmal kontaktiert. Die Psychologen baten dabei direkt um den Einlass in ihr Haus. Nur 22,2% stimmten dieser Bitte zu. Stellt sich die Frage, warum diese Vorgehensweise bei der Mehrheit der Befragten psychologisch funktioniert hat. Der Erfolg der Foot-in-the-door-Technik beruht in erster Linie auf der Idee der Konsistenz. Diejenige Person, welche zugestimmt hat, wird den Wunsch verfolgen, sich bei erneuter Kontaktierung nach gleichem Muster zu verhalten. Durch die Erfüllung der ersten Bitte fühlt sich die Person dazu verpflichtet, auch der zweiten Bitte nachzugehen. Eine vergleichsweise unbedeutende Bitte führt also zu einer höheren Akzeptanz der weiteren Bitten. Sicherlich könnte man jetzt denken, lässt sich das Prinzip der Foot-in-the-door-Theorie auch herumdrehen? Die Antwort lautet ja. Im Gegensatz zur Foot-in-the-door-Theorie stellt ihr bei der sogenannten Door-in-the-face-Theorie zunächst eine große Bitte, die auf jeden Fall abgelehnt wird. Darauf folgt eure eigentliche, kleinere Bitte, mit welcher ihr euer Ziel erreicht. Diese These wurde durch den Psychologen Robert Cialdini im Jahr 1975 aufgestellt. Er führte folgendes Experiment durch. Zufällig ausgewählten Studenten wurden zwei Fragen gestellt. Zunächst die Frage, ob sie bereit wären, mindestens zwei Jahre lang, zweimal in der Woche, einen jugendlichen Straftäter zu betreuen. Alle Befragten lehnten ab. Daraufhin wurde ihnen die Frage gestellt, ob sie einem einmaligen Zoo-Besuch für zwei Stunden mit jugendlichen Straftätern zustimmen würden. Hierzu waren dann 50% der Befragten bereit. Natürlich gingen die Versuchsleiter nicht davon aus, dass jemand der ersten großen Bitte zustimmen würde, sondern waren auf eine hohe Erfolgsquote bei der Bitte nach dem Zoo-Besuch aus. Denn in einem Kontrollversuch, in dem man nicht zuerst eine solch große und zeitlich umfangreiche Bitte gestellt hatte, sondern direkt nach dem zweistündigen Zoo-Besuch fragte, stimmten lediglich 17% der Befragten zu. Auch hier stellt sich die Frage, warum gelingt diese Methodik? Grund dafür ist zum einen, dass die zweite Bitte nach dem sogenannten Kontrastprinzip im Vergleich zur ersten klein wirkt. Der Fragende kommt seinem Gegenüber entgegen und Gleiches spiegelt der Befragte wieder. Dieser möchte nicht ein zweites Mal Nein sagen und kommt ihm ebenfalls entgegen. Zum anderen spielt das Bedürfnis eines Menschen, soziale Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, eine wichtige Rolle. Aber Achtung! Die Technik ist weit weniger erfolgreich, wenn die Zeit zwischen den beiden Bitten als zu lange wahrgenommen wird, wenn die beiden Bitten von zwei unterschiedlichen Personen stammen oder wenn die erste Bitte völlig überzogen ist. Sicherlich kennt ihr alle das Gefühl, wenn die Projektabgabe immer näher rückt und ihr in Zeitnot geratet. Als Folge bittet ihr den zuständigen Professoren darum, euch die Abgabefrist für das Projekt zu verlängern, beispielsweise um eine Woche. Der Professor wird dann wahrscheinlich zunächst lächelnd abwinken und dies nicht genehmigen. Doch so leicht lasst ihr euch nicht abwimmeln und bittet um eine Verlängerung um wenigstens zwei Tage. Bei dieser kleineren Bitte erhaltet ihr schon eher die Genehmigung vom Professor und habt euer Ziel erreicht, die Abgabefrist zu verlängern. Warst du selbst schon einmal in einer Situation oder hast eine dieser Techniken bewusst angewendet? Und falls nicht, überleg mal, ob du es in Zukunft mal versuchen willst, auf diese Weise deine Wünsche oder Bitten durchzusetzen. Bis zum nächsten Mal.